Guten Abend, hier ist wieder Double Vision LP mit Rex und Dada. Und wir spielen diesmal Lottetail. Lottetail, ja, mit, äh, das, äh, mit, was laber ich, ich fang schon falsch an, äh, das Gratis, ein Gratis-Game, äh, aus Steam, ja genau. Wir wollten mal reinschauen, wie das ist, irgend so, äh, sexy Kawai-Zeug, alles, ja, Psyprano-mäßig und sowas. Also Kawaii. Du musst, du hast das falsch gesagt, das musst du mit Überzeugung sagen. Kawaii! Und so, weißt du? So, ähm, wir sehen das jetzt wieder aus meiner Perspektive, ich mach mir einen Charakter aus diesen vielen unschüssigen Klassen, die man hat. Wie der Warrior, der Kneid, der Witzart, der Explorer, der Ingenieurs, warum heißt der Ingenieure? Weiß nicht, nämlich Witzart, den Witzart hab ich schon. Und der Zollbreaker. Ich wollte, äh, ja, ich glaub, ich nehm mir der Ingenieurs. Ingenieurs? Waffe, Weapon-Back, store anything you want in the Weapon-Back. Ja. Toll, das ist eine tolle Waffe. Jeder hat hier ne fette Waffenauswahl, nur ich hab eine Tasche. Aha. Ah, so mit Weiberhaaren ist schon cool, wir werden nicht in Charakter. Ich hab ne Idee. Ah, das passt doch cool. Hast du die rosa Unterwäsche an? Nein. Äh. Ne, warte. Ne, das lasse ich weg. Äh. Oh, der Name can be used. So. Hast du dir da den Anfang angeguckt? Nein, noch nicht. Hm, ja, ich mach das jetzt mal. Ach, ich lasse dabei beim Beilaufen. Prolog will ihres Livier. Ach, muss ich hier sogar nex drücken. Das ist ja Service. A long-missed unforgettable memory. First time seeing it as well. All the captured environments leave fond memory. Two impressions exist by contrast- Vers- Contradiction. Strange surprise and distance- Loneliness. These have been awakened and return back to sleep again. Mach mal kurz da. Oh, I am not her. And I am going to come her. Siehste, ich bin sie nicht, aber ich werde sie sein. Oh, ho, ho. Are you okay Iris? Come on, wake up. This opening to offending is not easy. It cannot be challenged at all. Siehste, die kann ich kämpfen, weil die ist viel zu schlecht, um zu kämpfen. Du bist so schlecht. Ich dachte, du kannst alles. Ich bin ja auch nicht sie. Mein Weltbild von dir ist zerstört. Ich möchte sie sein. Oh, was ist das denn? Immortal being excited from heaven and hell. Oh, da muss ich hier draufklicken. And your journey will just for this moment. Moment. I will defeat you no matter what it takes. Click set to do planned attack. Okay. Hey. Ach so, hier ist das ja dein Y, ne? Was denn? Oh, die macht 1 HP Schaden. Hä? Was? Ach so. Ich kämpfe gerade gegen den ultimativen Gott der Welt, also gegen mich selbst. Oh. Das will ich auch sein. Was hat 11 Namen? Iris, get out of here. Double tap right arrow to run. Aber dann renne ich doch in den Gegner rein. Wollte du brauchen. So fließt du? Ja. Ach so, du kannst Angriffen ausweichen. I have to strike back somehow. I have to strike back somehow. X to do a heart attack. Um einen Harten zu kriegen. Oh, oh. Hast du schon einen? Oh, der wird auch einen schaden. Kannst auch normal angreifen. Das funktioniert nicht. Warum? Warum? Ich habe nur 999 Schaden gekriegt. Oh, ich habe geblockt und nur 999 Schaden gekriegt. Ich würde es lieben, dass ich den Demon King sein würde. Demon King? Ich will sofort der Demon King sein. Are you okay? The beast attack can neutralize your magic defense. Be careful. Be careful. Stand up. Wow, das war ja echt überzeugend. I can barely move. Meaningless. Now give up. Er setzt Ultima ein. Oh, ich kann Lotto spielen. Und ich habe wieder 999 Schaden gekriegt. Iris. Iris. You can't render damage to him with normal attacks. Change your attack type. Focus on your original being. Think about what you have learned so far during the journey. You can't do it. My friends and my enemies. Yes, I know it. Meine Freunde. Fein so bright. Ich habe das Kille eingesetzt. Ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Aber ich habe ihn eingesetzt. Ist nicht geil. Oh, du hast das Kille eingesetzt. Das hat das Kille. Ich habe das Kille. Ich habe das Kille. Ich habe das Kille. Ich habe das Kille. Die Kille. Ich habe das Kille. Ich habe das Kille. Wenn ich das hier so weiter alles so actionreich vorlese, dann werde ich hier nie fertig, glaube ich. Meinst du? And then, enter Mentories. Alles liegt durch die Gegend. Want to know, here is everything about her, what she is thinking and what she remembers being heard of what her problems. All of it I want to put as beginning of a travel. So, ich glaube, ich bin fertig. Jetzt siehst du den Hardcore Ultimativen Mensch. Ja, ich habe ein Ladebildschirm. Oh, was ist das denn? Power Ranger? Ja. Wenn wir uns hier verstecken, sieht Rex uns hoffentlich nicht. Wir laufen einfach weg. Oh, oh. Ich habe mir einen Charakter gemacht, der einfach so aussieht, wie ich. Ach so. Halb Super Saiyajin, halb komischer Spaß. Woooo. Geek to the world of Lothail. Hi, a newcomer again. Welcome to the world of Lothail. Hey, ich wurde gerade hier geboren. Ich bin direkt ausgewachsen. Was machst du da? Ja, da rein. Before we embark on your adventure, we are you rangers, we will go through introduction demonstration. Show, ob ich start? Nope. Whoop. Wer ist meine Mama? Ich kann ja nicht einfach hier geboren worden sein. Oh, guck mal, ich kann dir auch eine Knall. Hier gibt es ja wirklich alle. Oh, ich wollte schon immer AdWord sein. AdWord? Ach, wir sollen die Quest erstmal beenden, hier. Ja. Also erstmal den Power Ranger ansprechen. Nice to meet you. Oh, tolle Quest. Tutorial. Let's carry out a Quest. Complete. Wow, die Quest war. Lass uns eine Quest machen. Ach, red nicht, Power Ranger. So, jetzt müssen wir hier laufen, oder was? Ja. Ich kann sogar krass schnell laufen, ne? Wie willst du mich jetzt kriegen? Ich krieg die nicht, weil du genau so schnell bist wie ich. Nein. Da ist ein weiterer Power Ranger. Hm, I'm black. Diesen Satz solltest du niemals im Ghetto sagen. Das klingt so spektakulär. Oh, da ist er, der zweite, der dritte, das hat er gesagt. Oh, der blaue, go, Power Ranger. Wir werden von Vynex verfolgt. Das klingt wie eine Reinigungsmarke. Vynex? Das ist sowas wie Kleenex, weißt du? Der kleine Bruder von Kleenex. Tutorial, Rope, Aggressiv. Krasse Sache, jetzt sollen wir an ein Seil springen? Wie hast du das gemacht? Oh, ho, 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 ho. Das war schwer. Kannst du das glauben? Das war schwer. Ich habe mein Bestes getan. Ah, man kann nicht zurück. Oh, ich habe so wie arg. Alles ist so kawaii. Das verkraften meine großen Augen nicht. Ja, du bist auch so kawaii. Oh, guck mal, der ist. What the fuck? Der kommt uns nach halbnackter Alter entgegen, die ihr fettes Schwert spinkt. Ich sehe keine. Tutorial, Rope, Complete. Tutorial, Kill. Das gefällt mir. Das klingt nach einem Tutorial, was ein Mensch haben sollte. Deathcrawl. Aha, die haben alle Schwerter und wir stehen hier. Ach, hey. Ihr habt, was soll das? Das geht bei ihm. Aber ich kann auch voll anders punchen. Guck mal. Ha, guck mal. Ha, yeah. Oh. Schlampe. Yeah. Ich habe es geschafft. Wie hast du das gemacht? Hehe, weil ich geil bin. Oh, ich habe eine Buddyliste. Ist das nicht cool? Äh, Equipment. Ich habe keine Quipment. Ich kann mir sowas so gar nicht leisten. Was ist das denn hier? Ah, ich habe eine Waffe, eine Toolbox. Eine Waffe in den Toolbox? Das ist meine Waffe. Guck dir das an, wie ich mit meiner Waffe umgehe. What the fuck? Kriegst du nur einer auf dir. Wow, voll geil. Ich kann mit einer Box zuschlagen. Wie useless ist das? Weitere nicht. Ich komme. Oh, der Rosa Power Ranger. Your eyes are clear and full of life. They tell me that you don't need much help. Hohoho. Hohoho. Tutorial kill. Tutorial end. You are rich, next level. Your eyes are clear. Ich wiederhol dich. Tutorial quest. Fire burst. Ich habe einen Skillpoint für ganz viel Fragezeichen. Toolbox Mastery. Beginner. Needed any. You can receive Toolbox Mastery. Beginner bei Clicking the Yes Button. Was habe ich davon? Nothing. Kann ich das jetzt alles hier einfach nehmen? Dann. Was macht das? Skill Level 1. Was ist das für ein Skill? Oh, du hast eine Toolbox. Huuuuh. What the fuck? Ich werfe das weg. Da kommt ein Schraubenschlüssel raus. Und ich kriege eine Toolbox auf dem Kopf. Die... Naja. Können wir portalisieren? Ja. Player who cheat or exploit bugs will be punished. Dann werden wir bei denen in den Keller gesperrt. Das wäre gewaltig. Ich wollte doch nicht bagen. Das war doch aus Versehen. Oh, der rote Power Ranger Quest. Ach, ich mache Webmax Change. Gib mir mal hier Ninja. Fine Ninja Secret Bag. Ninja. Beginner Weapon Coupon mal eins ist needed. Habe ich sowas nicht? Nein. Ah, Jung, Jung, Jung. Was haben wir hier eigentlich? Dann kommen wir mal fest. Start eTemper Trace. Receive Tutorial End. Gib mir mal einen Gegenstand dafür. Und ich mache das jetzt hier. Fuckin Ninja Bag. Weißt du, was wir in der nächsten Quest machen müssen? Maffin? Nein. Ja, ich. Da. Lesser Potion einsetzen. Kriege ich die denn hin? Oder bekommen. Have you final itempude purchase? Also. Ja, ist ein bisschen Eigenart. Also ein bisschen schwierig gemacht mit diesen, äh, ja klar, du fliegst auf deinem Besen. Hi therein, welcome. Is there anything in particular you need? Nequest. Oh. Nö, oder auch nicht. Äh, try to present converse? What do you want to talk about with me? If I can, I answer you a question. Ich will nichts von dir wissen, dass mich ruhig verkauft. Trade Tunes. Ah, da. Lesser Porsche brauchen wir? Ja. Was hab ich denn hier für geiles Equip? Aber warum ist das groß? Hm? Ich hab eine Hand. Oh, scheiße, seh ich gay aus. Wie immer also. Stimmt schon. Was sagst du? Oho. Ich hab dich extra hübsch gemacht für dich. Ach, danke. I'm red, sagt er. Oh, das freut mich aber, dass dir das aufgefallen ist. Strong armor. Sollen wir jetzt zu einem Amori-Laden gehen? Amorien? Strong armor. NPC local. Belos. What the fuck? Ich hab eine Map hier gefunden. Eine Map? Ich hab eine Map. Ich hab eine Map. Ich hab eine Map. Was? Das ist The Weapon Man. Das ist ein Wald hier. Wo bist du denn? Beim Wald. Warte mal. Trade Armory. Äh, warte mal. Was wird der? Leather bracelet. Warum sind die alle rosa? Weil die nicht. Leather panties. Ich bin jetzt toll equipped. Wo bist du denn? Ich bin der Schwule. Ah. Grenzt das die Sache nicht ein? Halleluja. Wenn ich so gay durch die Gegend springe, wirkt das nur noch männlicher, oder? Ein wenig. Waited you to a party. Wo feiern wir denn? Hier, hier. Und meiner kann nicht mal abgehen. Ah ja, hier. Ich kann Headbang. Hier. Is your leather bracelet. Ne? Deut ich das nicht equipen? Nein. Solltest du lieber nicht. Tu es nicht. Nein. Wär es doch getan. Ich hab das schon lange equipped, aber ich glaub, der will das gar nicht. Ich hab. Der will nicht, dass du das equip bist. Ja, dann hier. You can have it and sell it on eBay or something. Oh. I want you to use a skill. Quest. Was ist denn für... Ich hab mich gar nicht fragen. Bam, 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 bam. You have to be a level 5. Wie benutze ich den Skill? Das ist ein Passiv Skill. Wie soll ich den denn benutzen, man? Gar nicht. My soul made this. Konklusiv training with me. No, I have to be a level 3. Like, pre-pipity. Go and see Asus. Wir dürfen jemanden sehen. Wer ist es? Ist es? Ach so, das ist die alte Schreiber direkt vor uns. Oh ja. Nein. Das war viel zu schwer. Oh, der hat noch zwei Quests. Wie soll ich das verstehen? To the next step. I know you and monster that have the... Blablabla. Wir sollen Monster töten, glaub ich. Ich geh dann schon mal los. Geh doch mal. Warte. Ich muss gucken, ob der mir den Gegenstand abgenommen hat. Hallo. Was für ein Arschloch. Dann feier ich immer deine Party. Kommst du mit? Nee. Bild wohl. Da wollen wir ein Paar sein. Ich will nicht mit dir gesehen werden. Das ist mir zu peinlich. Warum? Doch nur so. Weil du das sagst, muss ich jetzt diese kleinen... Ja, was auch immer hier angreifen. Äh. Ich hasse euch. Wir sind keine Freunde mehr. Oh jo. Oh, ich bin hingefallen. Aber das macht gar nichts. Ich hab... Lernskills. Oh. Ich hab Dinge gefunden. Da will ich auch skills lernen. Und ich... Ich weiß nicht, wie das... Wie hebe ich das Geld auf? Komm, will das mal jemand erklären? No. Fangen meine Tasche. Fangen sie. Bring mir meine Tools zurück. Nimm sie und bring sie mir wieder. Los, Biss. Oh, oh. Ist sie in einem Fall oder was? Ich bin in das allererste, was ich gefunden habe. Ach so. Muss ich das anklicken? Wieso... Wieso... Wie kriege ich denn das Geld? Ich hab hier Geld und ich kann's nicht aufnehmen. Mach mal V. V? Oh, oh. 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 Das ist cool. Das steht doch hier. Ganz dick und fett. Foul. Jetzt sieht's auch. Tschüss. Get eaten. Wo steht das? Zeig mir das mal. Da. Oh. Ich hab meine Tasche vollgemisst. Oh nein. Ich hab meine Tasche grad vollen lassen. Oh, oh. Jetzt bin ich hier gefallen. Hast du ausgesehen? Oh, verdammt. Was machen die Dinger für Grosch? Ja, wie versprügen sie mit einem Stück Holz und einer Kiste. Ein Round Tail. Fluffy Tail to use to make Scarf. Was? Ich bin Level Up. Schau wieder. Juhu. Ground Tail. Kann aber kein Skill reinmachen. Doch da. Maschinengewillen. Hier. Der Skill klingt doch endlich mal nachher Sinn vorhin. Boah. Machst du das Skill? Ich glaub Skill. Weißt du wie man das macht? Ich hab keine Ahnung. Ah, da. Was ist der denn?